Musik Viele Farbheknois-Fachzeughalter führen keine Korrosionsschutzbearbeitung mit besonderer Mittel aus Sparsamkeitsgründen durch. Sie verlassen sich auf Fahrzeugkörperwerkstattausführung. Dieses Verhältnis zum Auto kann verstanden werden, wenn das Auto für ein kurzer Verwendungszeitraum gekauft wird. Wenn der Fahrzeughalter hofft, es für eine lange Zeit zu fahren, muss er sich sofort um die Unterboden- und Wagenkörperschutz kümmern. Im Betrieb unterzieht sich ständig der Unterboden den Sandstrahleneinfluss von kleinen Steinchen, Kies, Asphaltsteinchen und anderen Fremdkörper, die unter den Räden hervorfliegen. Schnee, Eis, Salzlösungen, saurer Schlamm und andere aggressive Agenzen fallen auf die Bodenfläche und zerstören die Schutzsicht. Im Ergebnis erscheinen Erblätter, Mikrorisse und Ausbrüche. Doch die Füchtigkeit fällt auf den Metallkörper und in Korrosion. Das Metall beginnt unter den heilen, aber ablatternden Farbsicht zu rosten, weil dort infolge des starken Temperaturgefälle Kondensat erscheint. Durch ständige Vibrationen entstehen im Metall einige Mikrorisse, die zur Verringerung der Körperfähigkeit beitragen. Oxidation und Rost beschleunigen diese Prozesse. Der Boden auf dem Rahmen des Fahrzeugs montiert ist, ist die Hauptkomponente, die die passive Sicherheit des Fahrzeugs bestimmt und Fahrer und Beifahrer im Falle eines Unfalls schützt. Autohersteller machen eine nominale Korrosionschutzbehandlung. Deshalb ist eine spezielle Korrosionschutzbehandlung eines Neuwagens ein obligatorisches Verfahren, das die Haltbarkeit der Korroserie gewährleistet. Luxform-Gesellschaft hat eine spezielle Serie von Korrosionschutzmitteln entwickelt und diese Technologie wurde in Deutschland erfunden. Luxform-Gesellschaft wurde in enger Zusammenarbeit zwischen russischen und ausländischen Experten gegründet und kombiniert das enorme Potenzial an Produktionserfahrung und wissenschaftlichen Erkenntnissen von Technologien aus verschiedenen Ländern. Einige ausländische Technologien waren beteiligt, einige Rezepte wurden ausgeliehen und angepasst. Es werden nur hochwertige ausländische Rohstoffe und moderne Hightech-Geräte verwendet. Im Einsatz zu klassischen Zusammensetzungen mit Refinierprodukten werden die Luxform-Korrosionschutzformulierungen auf Wachs und spezielle umweltfreundliche Herze und Lösungsmittel produziert. Während des Gebrauchs trocknen herkömmliche Zusammensetzungen innerhalb von zwei bis drei Jahren aus und bilden eine Kruste, wodurch Ritze und Poren auftreten, in die Feuchtigkeit leicht eindringen kann. Die Luxform-Zusammensetzungen härten außen aus und bleiben in viskos, wodurch der Körper von mehr als vier Jahren von Korrosion geschützt wird. Vor der Verarbeitung isolieren wir die Elemente des Körpers, die mit der Zusammensetzung beschichtet werden sollen, und schließen die Lackierbereiche. Als nächstes wird die Oberfläche gereinigt und entfettet, um eine festere Anpassung der Zusammensetzung an das Auto zu erreichen. Anschließend wird durch Lüftspritzen speziell für den Unterboden des Fahrzeugs eine schwarze Korrosionsschutzusammensetzung aufgetragen. Verborgene Höllhäume, Hölllöcher sowie Brücken, Aufhängungselemente und für das Bremssystem für handwerkliche Komponenten werden beachtet. Zur Bearbeitung des Fahrzeuginneren wird eine weiße Zusammensetzung verwendet. Verborgene Höllräume, Anbaugeräte und der Innenboden werden bearbeitet. Danach wird das Auto montiert. Alle Nächte werden abgewischt, während die Korrosionsschutzmatze in der Nacht verbleibt und außen mit einer dünnen Schicht einer farblosen Zusammensetzung bedeckt wird. Luxform-Gesellschaft kümmert sich nicht nur um die Umwelt, sondern auch um die Gesundheit unserer Kunden. Zusätzlich zu den aufgeführten Vorteilen sind unsere Korrosionsschutzmittel gehoblos und das fertige Auto kann nach 4 Stunden nach der Verarbeitung sicher betrieben werden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.